Hallo, mein Name ist Paul Jirag, ich bin Augenchirurg. Augenchirurg aus Leidenschaft, darf ich sagen. Seit 20 Jahren, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, interessiert mich hier vor allem auch die refraktive Chirurgie, weiters die Hornotchirurgie und die Kataraktchirurgie, also die Chirurgie des Grauen Starrs. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass die Augenchirurgie eine wahnsinnig erfolgreiche Sparte der Medizin ist und man neben den täglichen Erfolgserlebnissen auch wahnsinnig viel von seinen Patienten zurückbekommt. Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen in der Medizin bemerken es nämlich die Patienten selbst, dass die Operation geglückt ist. Ich lade Sie ganz herzlich ein, einen Termin zur Voruntersuchung über unser Online-System zu buchen. Diese Voruntersuchung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem Leben ohne Brille. Ich freue mich darauf, Sie bei ELESA begrüßen zu dürfen.